grüße dich wolf puma ok als nächstes kommt was ist der mann ich will hier alles platz ach das ist bestimmt dann der endboss war der typ der die ganze zeit mit mir umlabert drachengefährte krieg ich hier frost mage noch mal oder lieber mein priest können wir noch mal frost mage nehmen wow es geht und kostet alles nur ein mana alle karten kosten 1 spieler können nicht mehr als ein mana kristall haben ach du kacke das ist ja tricky jetzt hier holy shit hier seid noch immer auf der falschen seite des berges ich glaube da bringt mir der wenigstens der killt ihn doch direkt oder spiel lieber ein paar gewertete spiele das würde ja nicht mehr funktionieren hier ich werde die schwarze spitze verteilen oh nein damit hätte er mich doch schon im nächsten zug jetzt vernichtet nee das macht keinen sinn hier mit dem deck alle karten kosten 1 karten mit hohen karten monstern machen deck ganz viele legendaries krieg mein krieger oder der hier der hat auch fehler relativ viele hohe karten viele zauber karten probier mal den handlock genau alle golems theoretisch ich kann ja auch nicht mal meine helden fähigkeit benutzen ja das recht die bringt mir ja nix in dem sinne dann wo ich jetzt spott 7 und 9 und dings kann ich nicht machen woher woher den ein so nice Nice. Holy shit. Okay. Wow. Ja, mal gucken. Gucken, wie es weitergeht. 14 leben wir dann auch. Die heilt ihn, ist kacke. Aber wenn er Feuer stirbt, der erste dann auch einander hier. Vielleicht klappt es ja. Aber damit kann ich nicht angreifen. Nein. Oh mein Gott. Ein Spot. Hm. Ne. Damit hat er gewonnen. Scheiße. Ja. 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 Und jetzt ins Face. Hm. Nur Ruhrkarten. Ja. Ich baue dafür mal kurz ein Deck zusammen. Äh, was macht denn die am meisten Sinn dann auch? An sich ist es ja... Oder wir hatten, wir hatten geile Legendaries. Der Droide, Priester. Ex-Meister, Paladin. Paladin, er kriegt ne Waffe. Die Waffe wär geil. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Okay, danke. Ah, jetzt. Okay, danke. So. Dann haben wir den hier noch. Den Hogger ist auch praktisch. Ein... Ein... Aber ich will dem Gegner eigentlich nichts geben. So. Passt da. Machen wir noch hohe Karten hier. Machen wir noch hohe Karten hier. Den zum Beispiel. Können wir den auch reinnehmen. Hat er ja auch gemacht vorhin. Ich meine, der ist noch ein. So. Sollte reichen. Haben wir doch ein paar legendäre Karten drin. Schwarzverzieher. Und äh, General Dracisat. 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 Werden wir mit einem Deck besiegen, was fast nur aus legendärem Monster besteht. Mit einem Paladin. Ich könnte das nicht besiegen werden. Was treibt ihr? Ich glaube, das ist hier wieder eine tolle Sache. Wie geht es denn? ...Let me see. Original Dracisat. Was treibt ihr dievoor? Alistrassa. Perfekt. Ich werde ehrenhaft kläzen. damit ist die runde relativ schnell zu ende so macht man es halt cool okay drachengefährte habe ich jetzt auch cool